SONDERSÜCHTIG Nein Wie Nein, 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 den 100 Gut Es geht um den 200 Ihhh Den ich jetzt abgeben muss Ich bin nicht verhalten Gut Ich hol mein Handy und dann gehts los So, wir hatten Hier oben sieht man die Liste ein bisschen Wir hatten ein paar mehr Teilnehmer wie das letzte Mal und sind zum Schluss hängen geblieben bei 142 Wir sind also bei 142 Teilnehmern Da sind die Zahlen 1 bis 142 Warum ist das Bild so dunkel? So Der Gewinner Der Gewinner Der Gewinner von Nuggets24.de und SONDERSÜCHTIG ist Wir müssen den Knopf erst finden Die Nummer 92 92 92 92 92 92 92 ist Herzlichen Glückwunsch An Pett Pett Pettak, du hast den 200i gewonnen Ich weißt, du wolltest mal gleich erstmal mitgemacht Ich schlage vor Ich bezahle den Versand und du nimmst den 150er. Gut, dann ja. Viel Spaß mit deinem 200i. So, also Gewinner ist raus. Tut mir wirklich leid für die Leute, die nicht gewonnen haben. Ich möchte es halt nicht beeinflussen. Mir wurden ja Vorschläge gemacht, ich soll halt die App öfter drücken, bis die Nummer kommt, dass halt derjenige gewinnt. So was mache ich leider nicht. Ich wünsche es ganz, ganz vielen. Ich wünsche es eigentlich allen oder fast allen, das Gerät zu gewinnen. Aber ich möchte nicht schummeln. Dann wäre es keine Verlosung. Und ich finde, wir sollten schon fair dabei bleiben. Deswegen gibt es die App. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Nummer 92, an Pet Haag. Und du meldest dich jetzt bitte bei mir. Und ja, das war's. Dann sehen wir uns beim nächsten Gewinnspiel, wenn man spätestens in drei Wochen schon wieder startet. Denn der erste rückt immer näher. Also bleibt dabei, bleibt sauber und in diesem Sinne, gut Pfund.